Äh, ja. Ähm. Oops. Nein, hier komme ich nicht dran. Ne, das bringt mir auch nichts. Ich muss jetzt dieses Rätsel hier so lösen, dass alle... Steine da sind, wo sie hingehören. Die kommt zum Beispiel jetzt gerade nicht. So komme ich an den ran. Na toll, so komme ich an den ran und den da wieder. So. 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 Ja, aber wenn ich den rausnehme, geht hinter mir alles zu. Nein, das bringt mir alles nichts. Ähm. Da könnte ich so hingehen. Will ich den aber rausnehmen? Nein. So. So. So könnte ich den rausnehmen. So will ich aber nicht mehr an den da rankommen. Jedenfalls nicht von dieser Seite aus. Ah, Moment mal. Und so. Und so, das müsste so klappen. Okay. Ok. Ja, halt, wenn ich die hier wieder rausnehme. Ja, gut. So. 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 stein romantieren müsste das ständige im kreis laufen bringt mir einfach nichts das war die falsche nische ich müsste an die nische da drüben wieder ankommen weil die beiden haben nur die das ist eigentlich mit der nische hier nicht von da aus kann ich den roten hier einlegen nein der rote bringt nichts der blaue bringt auch nichts ja jetzt komme ich wieder nicht mehr an den grünen ran nein das bringt mir so auch nichts weil ich kann nicht den grünen hier rausnehmen dann bricht alles runter und ich kann nicht den einlegen und hier den grün rausnehmen weil dann bricht auch alles runter runter hm hm Oops. Hm. das war der reset moment mal der reset der gibt mir nur den einen zurück der gibt mir aber nicht mehr hier zehn hier gut die müssen da bleiben der macht nur das hier auf da war es das großartig der macht das nicht auf nein da passt nur der rote rein was es an mir auch immer bringen soll hier aufzumachen weil die beiden hatten wir schon gelöst und ich habe sicherlich kein edelstein übersehen ich weiß wenn ich dich wieder rausnehmen genau bricht alles zusammen vielleicht werde ich jetzt das sette portet er mir den blauen zurück hmm ich muss gerade wirklich irgendwie passen um und und mal so habe ich alle edelsteine hier drin gelassen also kriege ich sicher nicht nicht den raum auf und 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 Das sag mir wie und ich tue es. Tja, ich habe keine Ahnung. Gut Leute, ich würde sagen, ich mache hier jetzt mal einen Cut und dann versuchen wir es in der nächsten Aufnahme Session in aller Frische. Speichern werde ich jetzt nicht, wegen dem Autosave und dem Hunger und allem. Deswegen, bis gleich.